So ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Alice Madness Returns. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Okay, ich rede jetzt auf einmal so komisch und ich glaube wir müssen da dann... Wir sind letztes Mal... Ich habe mich schon wieder abblinken lassen. Gott! Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, wo wir gegen die Viecher da gekämpft haben. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unsteht. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Geh hoch, Alice. Ja, äh... Was soll man noch zu sagen? Ich habe sogar vergessen, was ich gerade sagen wollte. Naja, egal. Okay. Ach ja, ich wollte sagen, wir sind ja... Okay. Um das Schwiegen zu verlängern, drückst du und fällst du Leertaste erneut während des Sprungs. Okay. Dann versuchen wir das mal. Ich wollte ja gerade sagen... Oh yeah. Wir können schwiegen. Ähm, dass wir ja noch recht am Anfang sind. Oh ja, das ist... Wir können ja fliegen. Oh, was ist das denn? Eine Flasche. Oh, interessant. Wozu brauchen wir eine Flasche? Und wo müssen wir jetzt lang? Nein! Oh Gott, das wollte ich nicht. Daher fahre ich da runter. Da ist dein Zahn. Muss ich da hin? Oh, bekomme ich nicht von da. Oh, ich muss da hin. Okay. Dann gehe ich da lang. Oh. So, noch eine Flasche. Wozu brauchen wir die Flaschen? Oh, wie wär's das denn? Hallo. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich hab keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihn was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein. Zu meinem sowieso nicht. Zu meinem sowieso nicht. Okay. Äh, dann machen wir das. Jetzt weiß ich, wie man das Ding benutzt. Schraubbälle. Ui, nein! Ui, nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ui, okay, okay. Gehst du weiter, Alice? Gehst du wohl weiter? Oh, ich komme mit der Steuerung gerade nicht klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Steuerung hat sich nicht an. Oh. Ich stecke irgendwie in der Tür fest. Kann das sein? Oh ja, ich kann mich bewegen. Ich kann mich wieder bewegen. Ich sollte das Ding mal abschießen. Oh Gott, nicht noch mehr allein. Ui, 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 stirbt's, ui. Oh Gott, da ist noch was. Ui, 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 ui. Oh, da ist noch was. Ui, 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 ui. Gut, das mit der Steuerung. Das üben wir nochmal. Hast du noch was? Okay. Okay! Das üben wir nochmal. Ich krieg das schon irgendwann hin. Nein! Jetzt sind die Zähne weg! Mist! Ui nein! Nicht noch mehr! Ui bleib mir fern bleib mir fern! Nein 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 bleib mir fern! Ui nein 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 ha 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 ha! Böse böse! Oh Gott! Nee oder? Bleib! Bleib da! Böse! Mach's kaputt Alice! Mach's kaputt! Ui okay! Da kommt ja auch schon die Schweine! Wechsel in die Zähne! Okay. Ich sammle erstmal schnell die Zähne ein, bevor die alle verschwinden. Ja, ich hab dich schon gehört, der Schweine schnauze! Ui! Ah, okay. Yay! Was macht die jetzt? Ach, die fliegt freiwillig dahin. Okay. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Ich glaub da lang. Hier leuchtet es schon so. Kann ich da lang? Ups, das war der falsche. Das war das falsche Knöpfchen. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Soll ich wieder zurücklaufen? Gut, dann lauf ich halt eben wieder zurück. Noch mehr Schweine höre ich irgendwie nicht. Okay. Uh, bleibt doch nicht am Baum stecken, Alice. Ja, gern geschehen. Ich frag mich aber, ob wir die Zähne brauchen. Ui, ui. Ja. Okay. Ui. Ja, da ist noch einer. Oh nein, nicht die Viecher. Uh, bleibt weg! Nein, Mühle, lad dich auf! Lad dich auf! Lad dich schneller auf, komm! Ui. Ui. Lad dich auf, lad dich auf! Lass dich zu! Okay. Was ist das noch nicht alles? Doch. War doch alles. Was war das? Oh Gott, wo ist da noch was? Ich seh nix, ich seh nix. Wo ist da noch was? Wo ist da noch was? Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Nein, nein, nein. Bleib weg! Bleib weg! Was ist das? Woah! Woah! Die hätte ich jetzt fast immer sehen! Hallo! Ach Mensch! Die sind todeshäßlich! Oh, da kommt noch so ein Viech. Noch wer? Nein. Ich hör doch noch was. Wo ist das Weg? Da bist du ja! Hallo! Okay. Wo bekommen die die Viecher denn her? Aha, okay. Okay. Ich spitze die Ohren schnaufen zu finden. Wenn ich da jetzt runtersprach. Doch, ich komm wieder hoch. Dann geh ich da mal runter. Gut, gut, gut. Hi. Schade kann ich mich kaputt machen. Hi, Wasserfall. Ich glaub, da sollte ich vielleicht nicht unbedingt runterspringen. Das wär keine gute Idee. Was kommt denn aus unserem Arsch raus? Das Federn? Glätter? Das weiß man nicht. Oh Gott, ich versteck gleich. Ich versteck gleich. Ich versteck gleich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hui. Hui, was ist das denn? Ach ja. Denk an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Ach ja. Denk an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Ui. Dann würde ich auch auf jeden Fall eine Suppe essen, wenn ich an sowas denken müsste. Ich weiß nicht so. Hui. 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 Ei, da ist eine Schweine-Dings. Okay, vielen Dank. Das ist sehr nett von dir. Und hier komme ich nicht durch. War ja klar. Okay. Dann muss ich ja doch wieder zurück dahin. Mensch. Hätte ich das gewusst, wäre ich da nicht sofort hingegangen. Oh Gott, oh Gott. Steuerung ist... Oh Mann. Ich war es gar nicht. Gut. Ich muss mich nur noch an die Steuerung... Ui. Hey. Wir können uns beameln. Ich muss mich nur noch an die Steuerung gewöhnen. Sonst... müsste das wohl irgendwie klappen. Jetzt machen wir viele komische Geräusche, wenn wir springen. Hui. Nein Alice, jetzt hältst du dich nochmal runter? Vielen Dank. Oh, und eine schöne Dusche genommen hast. Finde ich sehr gut. Ui. Uiui. Okay. Wir sind wieder hier bei dem... Oh, jetzt weinen sie... Nein! Jetzt weinen sie die Dinger raus. Lecker. Gleiten der? Ach, das sind so kleine... Oh, ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaft. Komm her. Ui. Okay. Okay, hier müssen wir lang. Ich bin manchmal so... Oh ja. Oh ja. Komm. Stirb! Ui. Nicht runterfallen, Alice. Nicht runterfallen, Alice. Gut. Lagt das jetzt an meinem Spiel oder... Oh. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich glaube, ich muss gleich da lang. Aber da hinten... Ui. Da hinten war aber noch was. Entschuldigung. Oh no. Okay. Okay. Das kriegen wir wohl irgendwie hin. Oh, hallo Pelz. Vielen Dank. Da kommen noch mehr von den Viechern. Stirb, 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 stirb. So. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ja. Scheint so hoch. Komm Alice, da schaust du. Ui. Nein, nein. Geh doch... Geh da nochmal hoch. Dommelko. Okay. Und... Los! Okay. Das hätten wir auch hingekriegt. Oh Gott! Oh Gott! Wie sollte ich da bitte schon rüber? Oh. Okay. Ich bin noch rüber gekommen. Ich bin noch rüber gekommen. Alles ist gut. War ich hier oben denn jetzt noch was? Tatsächlich? Oh hi. Wer bist du denn? Warte auch auf mich! Ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Stört doch. Ich werde mich zuerst um die Insekten kümmern. Aber okay. Aber die Viecher sind ja so hässlich. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass diese Zeilen und hängen dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Ich sammle diese weißen Weißer um deine Begegnung mit dem weißen Wertigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Bräerchen gebrochen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Ach, die Zähne. Ja. Ja, dann machen wir doch ein Upgrade. Upgrade. Wenn wir schon genug Zähne haben. Ui, was passiert jetzt? Ui, der Zug ist runtergefallen. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Äh, da könnte man irgendwas ansehen. Das möchte ich gerne ansehen. Tränen-Tal-Spiegel-Wahn. Ui. Oh Mann, oh Mann. Das, ähm, fehlt hier noch was. Wann sind denn schon alle Insekten? Habe ich die alle gepackt? Wann habe ich das schon wieder geschafft? Das wieder eine Flasche. Wann sollen wir mit den Flaschen rein? Ich weiß nicht, was wir mit den Flaschen sollen. Okay. Oh, ich sehe schon, äh, ja. Schon wieder so spät. Da mache ich hier auch einen Cut. Aua, aua, aua. Da mache ich hier wieder einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Alice Madness Returns. Da mache ich drauf, ich sehe ja nur noch etwas mit. Das war die Musik von competitions und in der Insektenhalle. Ja, Flagge Suat ist encompassen. fora Mit der Wissen⇒ st 9 und mit. laluher um der ganne den Flaschen. Und wir spielen Fouriere Tod Euro. Der da Sound pääOME?